Hallo. 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 Alles klar. Ja, hab euch lieb. Drei? Ja, ich auch. Drei? Drei? Zwei? Drei? Ein? Eins? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you, Mama! Happy Birthday to you! Das war sehr schön anders. Es war wunderschön. Nochmal, alles, 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 alles Gute. Dankeschön. Bleib wie du bist, denn du bist so perfekt wie du bist. Danke schön. Boah, das war anders, ne? Das war jetzt der erste Teil. Das war der erste Teil. Das war der erste Teil. Ach du jem. Okay, Leute, es war der erste Teil. Doch der zweite Streich folgt zu mir. Ich bleib bei euch, ja. Es waren ein paar Stimmen, die waren schon sehr krumm. Da waren ein paar Stimmen, die waren schon sehr schief, ne? Wenn du ein C singst, war es ein Y, ne? Irgendwie. Mein echtes Ohr ist taub, warte mal. Okay, ich lausche euren, euren sanften Klängen. Ich lausche. Ich ess mir mal hier eine Dattel dabei, die beruhigt. Kommt da jetzt echt noch ein Lied? Nein, nein. Da kommt aber zwei andere Sachen. Zwei andere Sachen. Und zwar hast du mal das Thema angesprochen. Von wegen ein neues Logo für deinen Stream. Ja. Ich erinnere dich. Ja. Und da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht. Und wir hatten auch einige Hilfe aus der kompletten Community. Und ich wette die mal hier, Per. Per, nein, nein. Es ist tatsächlich sehr geil geworden. Wir haben uns untereinander beraten. Das ist dann am Schluss als Hauptlogo rausgekommen. Was ganz geil wäre. Du kannst es auch gerne im Stream zeigen. Irgendwie, keine Ahnung, wie du dich auch anstellen möchtest. Das sieht ganz cool aus. Ich schicke dir mal eben noch ein paar Bilder, die ebenfalls daraus entstanden sind. Was so ganz geil wäre. Mhm. Mhm. Falls dir was davon gefällt. Mhm. Deine Zeit. Lost? Lost? Wieso lost? Als ob ich lost bin. Ja. Als ob ich lost bin. Kommt drauf an, was dir so taugt. Als ob ich lost bin. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Ich bin das Liebste auf dieser Erde. Ich bin immer total zentriert in meiner Mitte. Aber das Lachen hinterher verrät dich ein bisschen. Ich kann nichts dafür. Ich kenn diesen Jack Daniel nicht. Ich werde die, liebe Community, ich werde die auf jeden Fall dann morgen mal reinbringen, weil ich habe diesen Bildschirm jetzt hier gar nicht eingebunden. Ich habe den Bildschirm jetzt hier gar nicht eingebunden. Eine Art Bildschirmübertragung, weil wir haben noch ein anderes Geschenk. Ein anderes Geschenk. OBS. Ja, eigentlich Quelle hinzufügen und dann, äh, äh, Szene, warte, was ist Szene? Szene oder Quelle hinzufügen und da müsste dann eine Bildschirmaufnahme sein oder irgendwie so. Ach ne, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin da verwirrt. Ich habe dir mal einen Link gesendet. Und wo? Und den privat, also in Discord. Und den öffnest du und dann musst du eine Quelle suchen, wo du das übertragen kannst. Oder einfach auch einfach nur Silzen über. Tragung. Okay, warte mal. Ah, warte mal, ah, okay. Warte mal eben kurz. Ah, jupp. Ich bin zu laut. Ah. Mein Glas fällt gleich runter. Ah, okay, warte mal. Ah, okay, warte mal. Ah, warte, ich habe das alles hier voll im Griff so. Warte mal, ich habe alles, alles im Griff. Was ist denn hier? Ist das ein Grinsegesicht? Ah. Ja, so. Da ist ein Bär. Okay, dann, dann, dann. Okay, warte mal. Okay, also normalerweise. Ne, da musst du bei Quelle hinzufügen und dann wäre da, äh, ähm, ähm, warte. Jen, Jen. Was denn? Läuft. Ohne Ton? Bei mir ist nix. Bei mir ist Ton. Bei mir ist Ton an. Ne, bei mir ist Ton. Ach so, ach ja. Einfach ein bisschen Mode machen. Also ich habe es eigentlich schon normale Lautstärke. Mhm. Passt. Lieber Marc, ich wie die Lena habe ein paar Zeilen zu deinem Geburtstag. Zähle nicht die Kerzen auf deiner Geburtstagstorte, sondern jedes Strahlen, das die einzelnen Lebensjahre in dein Gesicht zauberten. Zähle nicht die Falten um deine Augen, sondern jedes Lachen, das für sie verantwortlich ist. Blick nicht zurück in Wehmut und Sehnsucht, sondern nach vorne in dein unbekanntes, aufregendes und fröhliches neues Lebensjahr. Würden viele kleine und große Wunder auch weiterhin deinen Weg geben. Oh, voll schön. Ich wünsche dir alle sehr denklich Gute zu deinem Geburtstag und bleib so wie du bist. Die wollen es lauter haben, die Leute. Ja, hallo Marc. Wollte dir eigentlich einen guten Geburtstag wünschen und mögen all deine Wünsche und deine Träume in Erfüllung gehen. Genießt den Tag, lass dich gleich geschenken. Schön und froh, ein Teil von deiner Zugemütung zu sein. Alles Gute dir. Ciao, ciao. Danke euch, Lieben. Ich finde das cool, mal Gesichter zu sehen. Immer so Gesichter. Ich weiß ja gar nicht, wie ihr aussieht. Voll schwierig manchmal. Bei manchen habe ich ja noch mal ein Foto gesehen. Das ist cool mal. Mega cool Idee. Wie geht? Ich bin so ein jungen Junge. Ich wollte dir Marc, alles liebes zu deinem Geburtstag in der Schule. Das dein Kadaver wieder zu leise ist, aber davon sind wir ja nicht alle befreit. Lass dich heute von uns verwöhnen. Ganz reich beschenken. Hast du schon eine Instagram Story gemacht. Dass da einige Pakete auf dem Weg sind. Ja, und ich hoffe, dass du so weitermachst wie bisher. Ich bin ja auch schon sehr lange mit dabei und konnte die Entwicklung über YouTube verfolgen. Deine eigentliche körperliche Entwicklung. Beziehungsweise deine geistige Entwicklung. Und es macht jede Menge Spaß. Wenn ich denn mal dabei sein kann. Aufgrund von Arbeit und Zeitmangel. Ist es mir halt nicht immer möglich mit dabei zu sein. Ja, also. Aber ich bin so oft dabei wie es geht. Wenn auch im Lurk. Ja, alles Liebe von mir. Und dass das auf die nächsten Jahrzehnte weiter geht. Dass du uns ganz lange erhalten bleibst. Dass wir alle zusammen bleiben. Wir haben eine ganz starke Community zusammen. Und ja. Wir freuen uns davon teilzunehmen. Okay. Wir freuen uns nochmal mit dabei. Bis dann. Ciao. Hallo lieber Marc. Hier ist die Jenny 896. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Vor allem viel Gesundheit. Mach weiter wie bisher. Bleib wie du bist. Denn mit deiner Lustigkeit rettest du einen den Tag. Wenn man mal einen schlechten hat. Markus. Hallo mein lieber Mann. Alles, alles herzlich Gute zu deinem Geburtstag. Viel Gesundheit. Glück und dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen mögen. Ja. Bleib wie du bist. Mach weiter so. Und auf die nächsten vielen Jahre. Gott. Mit dir und allem was da so kommen mag. Viele Grüße auch vom ganzen Team. Dein Markus von PARAIC. Mega. Ich bin Lost in the Motion. Und auf diesem Wege wollte ich dir alles Gute zum Geburtstag wünschen. Gesundheit und noch ganz viel Erfolg mit der Erforschung des Paranormalen. Und die Projekte die in nächster Zeit anstehen werden. Auch mega schön. Auch jetzt hier. Model Team. Jetzt kommt der Model Team Leute. Dann Model Team. Hallo Mark. Hier spricht dein Sekretär. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Was dich heute feiern. Genieß den Tag. Wie schön Kröte. Viel Spaß heute Abend. Danke Kevin. Hallo Mark. Hier ist Destiny. Destiny. Ah. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem wundervollen Geburtstag und genieß den Tag. Und dann wird dafür, dass ich ein Teil davon sein darf. Ach. Ehre. schön. Das ist dich und euch gibt. Einen wunderschönen Geburtstag und alles Gute zum Geburtstag, Josef. Mega schön. Hallo lieber Mark, hier ist DB 180 8. Timi! Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Bleib so wie du bist. das wird doch geiler der joe wo ist bier wir joe ich will starbis gode zum brotstag mach auf jeden fall reihe suchen bisher bleib auf jeden fall du bist hau nahi und halt die ohren steif grüße gehen raus von der randemie tote aus deinem model team hihihi stefan die pizza servus mark du wirst das video am live stream äh ich bin nämlich shadowhunters ich bin der immer der großen paratalk ist immer aufgeregt ist oder beim feinlich magsungen hat auf jeden fall würde ich noch sagen mag euch gute zum geburtstag veränderte ihn für kein bleib so wie du bist danke dass du mit dass du mit twitch angefangen hast auch über youtube danke sonst hätte ich dich nie kennengelernt du bist du bist bleib so wie du bist und dann würde ich sagen bleib am ende dran denn am ende kommt noch was richtige gute überraschung ich habe angst also es ist schön wir alle mal zu sehen finde ich voll schön gerade finde ich voll schön toll für eine idee echt voll schöne idee und den stefan der wohnt ja nicht weit weg von meiner familie in österreich da habe ich auch schon gesagt den geh ich da mal besuchen fünf minuten glaube ich von meiner familie entfernt aber überraschend für die ist nicht weit also jo ich hoffe dass dir das gefallen wird komm auf dich auf geh da raus aus dem morgen muss dein jetzt werden denn alles was in dir steckt versetzt berge seit du zeist bleib dir treu und fokussiert und geht's dir schlecht musst du dich jeden tag aufs neue motivieren der erfolg mag dich statt nein du kennst keine ängste du musst nur bereit sein zu kämpfen glaub mir du bist besser als sie denn nun mit blutschweiß und trennen kommst du näher ans ziel mag alles was du nur in deinen träumen kannst hinter jeden fall steckt ein neuerfang heute ist alles wie es soll night ist die höchste anerkennung von erfolg du bist ein krieger auch mal verlierer niemals gibst du auf alles für den traum denn du bist ein sieger und immer wieder zieht dunkle wolken auf aber du magst alles blau du bist stärker als du glaubst du hast dich aufgerafft zieh wo du heute stehst wie du von jetzt an deine träumen lebst es gibt kein headset wenn und aber durchziehen vollgas belächeln werden warmer du bist bereit für jeden stein der dem wege steht weil du im reinen bist mit dir und dein lebensweg sie wollten sehen wie du versagst heute steht sie da und sind lange nicht so begabt du bist ein kämpfer geboren jedes wort macht dich stärker als du vor du gehst aus dem kampf als sieger lass dir von niemandem was sagen denn du bist ein krieger auch mal verlierer niemals gibst du auf alles für den traum denn du bist ein sieger und immer wieder zieht dunkle wolken auf du bist ein sieger und immer wieder zieht dunkle wolken auf aber du magst alles blau du bist stärker als du glaubst geil gemacht österreich voll cool ach leute das war voll schön ohne witz das war voll schön danke euch mensch wirklich voll ich mach euch jetzt wieder leiser wartet mal und seid ihr so laut danke von ganzem herzen sowas finde ich voll schön das sind so das sind so herzenssachen die kann man nicht kaufen sowas kann man nicht kaufen dafür machen wir es ja oh voll schön ich danke euch von ganzem herzen mega schöne idee oh voll gut und Stefan und Stefan lieber lieber Stefan ich möchte weißt du was ich von dir nie wieder hören möchte dass du dich nicht traust oder keinen mut hast oder nichts kannst das möchte ich nie wieder von dir hören Stefan nie wieder also wenn ihr das jetzt gerade selbst sehen ist mal das aber ist das peinlich nein weißt du Stefan weißt du was das wichtige ist also dir muss im leben nichts peinlich sein das was peinlich ist das ist wenn wenn andere das als peinlich empfinden dann haben wir das ganze nicht kapiert im grunde die muss nichts peinlich sein wirklich nicht gar nicht du bist wie du bist Stefan du bist ein super mensch du bist wie du bist ey geil einfach ja wenn man sich irgendwie sich servst und der dann klingt das irgendwie voll komisch ja aber da musst du dir in den Kopf mal was andere über dich denken scheiß drauf was andere über dich denken Stefan scheiß wirklich drauf das ist so also hat es da gefallen das war schon mega schön ich fand das voll cool also ich finde das eine super schöne Geste von euch auch jetzt mal euch mal einfach mal so zu sehen ich kenne euch ja vom Foto irgendwie ja ich weiß ja wie ihr auf dem Foto ausser mehr weiß ich ja gar nicht mit Bewegung ist schon was komplett anderes ne jetzt einfach mal so die die Menschen mal dahinter so zu sehen wie voll schön ich danke euch von ganzem Herzen dafür alles Gute ganz liebes Dengeschön alles Gute danke Stefan und wie gesagt du kriegst auch noch ein Wort von mir Stefan ne hab ich dir ja versprochen aber ich muss das wie gesagt ich muss das erst machen ich habe jetzt noch kein aktuelles das mache ich mit den mit den nächsten wenn ich dann eins mache dann mache ich dir das dann sofort mit fertig ne boah Leute ich habe so viele Pakete da liegen das ist ja voll anstrengender draus ich habe schon mal ich Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.